Endlich ist sie da. Zum 15-jährigen Jubiläum kommt ATV & Quad 2017-7-8 mit 132 Seiten, vier Tests und großem Gewinnspiel. Der Rest ist bereits unterwegs zu den Abonnenten in Österreich. Dabei war die Einlieferung zur Post auch gewissermaßen die erste offizielle Amtshandlung des neuen Dauertesters, der brandneuen Polaris Sportsman XP1000, Modelljahr 2017. Einmal Vollgas und ATV & Quad kommt per Flugpost.